hey leute hier ist hunted ja und heute ist das erste spiel von deutschland bei der wm und es gibt hier dieses tolle event oder event wo man drauf setzen kann oder wetten kann wer gewinnt und ich habe mich entschieden ok klingt ganz gut nimmst mal daran teil man muss 1400 edelsteine erwerben und kann dann dementsprechend gewinnen mal gucken wir uns vielleicht mal die quote an so teilnehmen wähle den gewinner als er niedlich ist ja klein hier das wettfenster wird in zwei stunden drei stunden um 18 uhr geschlossen das klar okay wir können jetzt also wir haben einen versuch ist klar wir können auf unentschieden tippen auf portugal oder auf deutschland also ich würde sagen deutschland gewinnt genau ich bin sicher dass deutschland gewinnen möchte werde erfolgreich abgeschlossen ok eine wurde verbraucht ok ich kann es doch geht zu schießen wetten verlauf gucken wir mal rein deutschland ergebnis gegensteine alles klar gut wenn wir gewinnen kriegen wir 1000 edelsteine obendrauf bauernentschieden werden 1005 und wenn portugal gewinnt und wir darauf gesetzt hätten wir uns 1800 naja dann hoffen wir mal dass deutschland des rennen macht ja ansonsten hatte ich jetzt aber auch noch eine wenig zeit um ein paar videos zu machen aber ich denke heute kommen noch ein zwei videos für euch und auf jeden fall ja sind wir heute dabei haben sind gespannt ob deutschland gewinnt und hoffen natürlich dass deutschland gewinnt ansonsten bin ich momentan ausgesucht sind wir schon dabei hier mich weiter an der h durchzukämpfen wir gestern beim stream dabei war hat mit richtig haben chrome da ein bisschen was umgestellt bin heute wieder am testen und habe jetzt den minutaurus gar nicht mehr dabei bei will er haben aber dazu mache ich noch mal ein video wenn ich ein erfolgreich oder für mich eine erfolgreiche möglichkeit gewundert werde hart zu machen so aber ich dachte wir machen hier auf jeden fall noch bei dem video ein paar arena kämpfe und schauen mal dass wir hier wieder dauerhaft in die top 100 rein springen ja interessant ist natürlich wenn er bei dem event mitwacht worauf habt ihr getippt hinterlassen wir mal ein paar kommentare feedback worauf ihr so setzt ich glaube das packen wir hier oben nicht da wurden wir tot gestern ja dann werde ich jetzt gleich nach einem video machen wir haben jetzt 3000 abonnenten bei youtube erreicht und es gibt einen neuen account ich werde nur ein account verlosen bis zum wochenende könnt ihr euch dafür bewerben aber nicht bei dem video da mache ich extra noch mal ein video wo ich den account vorstelle da könnt ihr euch denn wie immer für bewerben aber jetzt wollen wir erst mal noch den kampf gewinnen schnell so naja immerhin schon mal wieder in den top 100 drinnen gut aus wo sie war auch viel erquicken wie immer und baff nachteil aber sollte sollte machbar sein da kommt erst dann und jetzt sollte der kampf vorbei sein genau das wird denke ich nicht na doch das dann ist draußen besser als gedacht ja ich denke das war es auch erst mal für das video und wie gesagt heute abend fußball weltmeisterschaft deutschland 18 uhr wird mich interessieren wie ihr tippt ob ihr am event daran teilnehmt und ja das war es erstmal euer hantel tschö ja 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 Vielen Dank.